so mach mal zart und saftig hier spritz dich weiter ich hab das Webcam Bild mal auf der linken Seite gemacht, weil ich sonst rechts die Karte nicht sehe so da da ist das was gehen wir mit auf jeden Fall müssen wir sparsam, übel sparsam mit dem Uni sein mal nachladen hier auch nicht frag mich wo das Mittel hingeräunt ist da ist er ne Kiste nehmen wir mit ja logisch und kaum hast du Muni aufgesammelt alter muss die auch schon wieder verwenden und 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 Wo ist sie hingelaufen? Gute Frage, ey. Von der anderen Seite verschlossen. Sagt mich, was wir machen müssen. Äh, da geht doch bestimmt nicht der Fahrschulfer, oder? Doch, der funktioniert. Der fährt, oder? Oh, die kleine Ratte. Oh, rennen hier. Scheiß auf die Heilung, erstmal. Kicken, wo uns der scheiß Fahrschul hinführt, ey. Hey, warte! Wo rennen die hin? Ja, es ist schlecht, wenn sie wegrennt. Warte, wir tun dir nichts. Hab keine Angst. Wie heißt du? Wo kommst du her? Hat die Frau dich hergebracht? Wo sind wir? Mann, locker, Claire. Lass mich mit ihr reden. Du hast bestimmt viel Angst. Hab ich doch auch. Ich heiße Moira. Guck, wir sind wie Schwestern. Hm, ja, nur fast. Jetzt wird alles wieder gut. Wie heißt dein Freund? Lottie. Lottie. Ihr seid beide so tapfer. Du kannst gut mit Kindern. Komm mit. Okay. Ja, dann machen wir da mal weiter. Du hast es ganz allein geschafft, dich vor den Ungeheuren zu verstecken? Das wird interessant. Das wird alles bald vorbei sein. Hör zu, da ist eine böse Lady in dem Turm dort drüben. Wenn wir sie erledigen, können wir alle zusammen die Insel verlassen. Na, das wird nicht so einfach. Ja, kann die Alte hier wohl komponieren? Auch nicht. Verdammt. Das ist nicht gut angehört, ey. Jetzt gibt's ne Ballerei, ey. Renn, Alter. Renn, Alter. Renn, Alter. Alter. Muss schwar sein mit ihm nicht umgehen, ey. Ach, du Scheiße, ey. Pass auf! Der hier ist anders. Das seh ich auch. Boah. Ach, du Scheiße. Stop it! 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 Scheiße, ich kriege ihn wohl nicht mehr. Oh, Scheiße. Scheiße, Muni, Alter. Und jetzt legt den Bastard um, Alter. Blöde Drecksau, Alter. Ich glaube, das war's. Holen wir das Mädchen. Oh, fuck it, ey. Ey, ich hatte so viel Muni, Alter, das hat gar nichts mehr, ey. Es ist jetzt sicher. Kannst du herfinden? Ach, gott, 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 ey. Na, komm. Weiter jetzt. Na ja, dann durch da. Wunderbar. So, wir gucken mal hier hinten ganz schnell. Da schlägt der hier irgendwo, Muni. Terrasafe, Onkel. Er hat mich gerettet, als ich klein war. Ob irgendjemand von Terrasafe nicht gefangen wurde? Na, scheiße, er lag nicht, ey. Mist, ey. Keine Muni, ey. Das ist ein Problem. Okay. Okay. Na, der Atom, ey. Und der Helikopter. Oh, Mann, ey. Ja, wo soll er hin? Wo soll er hin? Das ist dieser. Boah. Alter. Aber jippen Sechse, ey. Das Mädchen ist weg Oh fuck Dieser Scheiß-Turm Das gibt's nicht Oh mein Gott, er reich, eiserner Kopf, schwaches Herz, freigeschaltete Figur, Ironheed Weiter Jetzt haben wir 3200 Schnellheilung machen wir mal Medizinwissen Wechselschub Harder Ziegel Schuss erlauben Was nehmen wir denn? Nehmen wir das hier Messersprint So Weiter jetzt Oh man ey, fängt ja gut an hier ey Moira wollte zu diesem Turm gehen, als ich bei ihr war Hör zu Süße Du musst mich da hinbringen Schaffst du das? Gehen Nein, ich glaube es nicht Sie ist auf keinen Fall So So Ich lasse hier erstmal alles nachladen Zack 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 So Dann machen wir in der nächsten Runde weiter Und So Oh 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 So 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 Vielen Dank.